Willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar Let's Play Mario Kart 8 Gut, ähm, ich schreibe mal schnell auf mein Fernseher um, damit ihr das sehen kann So, so, so Dankeschön Guck ich an, wie schön Marios Gesicht und so aussieht Rote, komm, trifft Pause, trifft Pause, bitte, bitte, bitte Jo, jo, ja, haha Mit 10 Münzen erster geworden, das ist doch super, oder Leute? Ist es nicht toll Alter, noch eine Was zum Teufel Was geht hier ab? Haha, geil Zwei Wunderachten Hammer Okay, das war doch meine Mario Hammermäßig Schande Waruichi Dankeschön Depp So, au Oh, es läuft wieder spitzenmäßig Item, yes, geil So, ein roter Hier Bowser Hä? Wie hat das mit euch schon gemacht? Oh Gott, bin ich schlecht Das, das, das Mach ich hier? Ist ja nicht so schlimm Hä? Was war das gerade? What happened to me? Wie hast du mich überholt? Mann, schon wieder gold, äh, drei Steine versaut Wieso, wieso immer ich? Womit habe ich das verdient? Nein, nein, ich hab die doch immer geschafft mit der Original Brat Aber ich jetzt natürlich nicht In der Strecke wurde einfach alles saugut genutzt Aaaaah!